Das war der beste Moment in meinem Leben und da war ich richtig emotional für mich. Dieses Tor gegen die Weltmeisterschaft gegen Amerika und alle jungen Spieler. Danach war so ein großes Tor für mich geöffnet im Weltfußball. Ich konnte von mehreren Mannschaften so ein Angebot bekommen. Ich kann diesen Moment nicht vergessen. Dieser Moment ist sehr wichtig für mich. Fußball hat mir alles gegeben und jetzt muss ich zurück. Deswegen helfe ich den Kindern im Iran. Ich wollte meine Erfahrungen mit denen teilen. Fußball ist für mich alles. Ich bin erschweret. Ich bin erschweret. Es wurde mit dem Arschungsmaß. Und mit dem Armㅋㅋㅋㅋ Ich binbeschlaut. Ich kann mich gleich davon auf den Herzen bleiben.